So, hallo und herzlich willkommen auf Bens Acker. Was macht Ben auf Bens Acker? Naja, in der Vergangenheit war es so, dass wenn der Ben auf Bens Acker gewesen ist, dann hat er entweder was anzünden wollen, weil man auf dem eigenen Grundstück, ne, Feuerle und so weiter, oder er hat was aufbauen wollen, was man im Wald nicht aufbauen darf, ne, weil er super toll mit gutem Beispiel vorangehen will und einen auf ultra toll und super legal machen möchte, ne, also sprich ein Zelt. Was davon wird wohl heute der Fall sein? In Anbetracht dessen, dass es kacke heiß ist und die Sonne brutzelt und ich sogar schon ein schattenspendendes Dach aufgebaut habe, damit ich hier nicht total verkohle. Davon abgesehen ist das Ding auch neu. Und ich wollte es mal ausprobieren und das wird natürlich auch noch in einem anderen Video kurz angesprochen. Und es ist ein super Sichtschutz, weil mein Acker ist ja relativ nicht besonders abgelegen, leider. Ja, nichtsdestotrotz will ich ein Zelt zeigen, ne, aber das wisst ihr sowieso schon, weil ihr habt den Titel von dem Video gelesen, also ist das wie immer, das ist für den Eimer, was ich mir hier tolle Arbeit mache, mir eine möglichst kreative Einführung einfallen zu lassen. Wenn das, was hier um mich rumfliegt, an der Bremse ist, muss ich mich noch schnell töten. Sieht nicht so aus und dann können wir loslegen. Ich habe hier einen Sack und wie gerade schon erwähnt, wissen wir ja eh alle schon, was da drin ist. Das ist ein durchaus kleines Säckchen, ein durchaus sehr beschauliches Säckchen, das in einen Trekkingrucksack nun wirklich problemlos reinpassen sollte. Also auch in einen 55 Liter Rucksack, theoretisch auch gerne in einen 45 Liter Rucksack, sollte das horizontal sehr gut reinpassen. Wenn nicht, kann man sich super außen dran hängen. Das ist wirklich nicht sehr dick, also das Packmaß ist sehr überschaubar für ein Zelt, sehr, sehr überschaubar und damit wissen wir natürlich schon, dass es sich um ein relativ kleines Zelt eben entsprechend handelt. So und jetzt ist das in so einem dunkel gefärbten Sack, daran kann man noch nicht viel erkennen. Dann hat dieser Sack eine rot-weiße Schnur und daran kann man, wenn man sich auskennt, sehr wohl schon was erkennen und spätestens, wenn dann hier unten Hilleberg drauf steht, auf dem ansonsten doch unscheinbaren Sack. und dann hier immer ganz klein auf dem kleinen Etikett der Name des entsprechenden Zeltes, dann wissen wir, dass wir es hier mit einem E-Namen zu tun haben. Es ist ein relativ junges Zelt, das gibt es noch nicht so lange in der Hilleberg-Familie und das ist die noch kleinere und leichtere Alternative zum Akto. Vom Akto hat man hoffentlich schon mal was gehört, weil das habe ich auch schon mal vorgestellt. Das besitze ich ja selber und muss es mir nicht erst schnochen. Und ja, das war bisher eigentlich das Ein-Personenzelt von Hilleberg. Die haben ja noch ein paar Alternativen, so ein bis zwei Personenzelte und so weiter. Aber das mit Abstand meist verhökerte Ein-Personenzelt zum normalen Wandern für so ziemlich eine komplette Bandbreite an möglichen Ansprüchen war bisher das Akto. So, und jetzt haben sie aber für diejenigen, denen das Akto noch zu schwer ist, weil gerade heutzutage so ein paar Zeltchen dann nach dem Akto produziert wurden, die da noch mal erheblich leichter gewesen sind. Damals, als das Akto noch neu war, ich weiß es, weil ich habe noch eins der ersten Generationen rumfliegen. Damals, als das Ding noch neu war, war das mehr oder weniger das einzige und leichteste Ein-Personenzelt, was du auf dem Markt überhaupt kriegen konntest. Jetzt ist es inzwischen für ein Ein-Personenzelt zwar immer noch ein leichtes, aber kein besonders super leichtes mehr. Kann man wirklich nicht mehr behaupten. Liegt halt daran, dass die Ultraleitszene in den letzten Jahren dann doch halt immer mehr gewachsen ist. Jetzt ist das Akto allerdings derzeit so ziemlich das robusteste vier Jahreszeiten Ein-Personenzelt. Gut, also den Platz, dass wir haben das leichteste Ein-Personenzelt auf dem Markt, das gleichzeitig noch super bequem und vergleichsweise geräumig und super komfortabel und vergleichsweise robust und so weiter und so fort ist, den Platz dürfen sie nicht mehr ganz beanspruchen, die guten Damen und Herren von Hilleberg, weil es gibt leichteres. Alles andere stimmt möglicherweise durchaus noch. Da kann man sich entsprechend streiten, aber das Akto ist nach wie vor ein hervorragendes Zelt. Gerade so die moderne Version davon mit dem Kerlon 1200 als Material. Das kann man immer so als, wie alt ist denn das, was man da jetzt vielleicht findet. Das könnte man sich vielleicht sogar noch mal Gebrauch zulegen, wenn man da irgendwie günstiger dran kommt. Wirklich ein ganz, ganz tolles Zelt. Potenziell hebt das dann auch ewig. Die ganz alten waren noch nicht ganz so toll, aber mit dem Kerlon 1200, das war schon, ist schon, ist schon wirklich was super tolles. So, aber wie gesagt, das Ding ist nicht super mega ultra leicht. Es gibt schon noch mögliche, leichtere Zeltalternativen. Und die haben sie dann im Enan gefunden. So ein Enan ist schon quasi eine Weiterentwicklung des Aktos, also aus dem Akto heraus entwickelt zum noch etwas leichteren Wanderzelt. Wanderzelt für drei Jahreszeiten, nicht für vier Jahreszeiten. Mit dem Akto kannst du auch im Winter draußen pennen und das geht vergleichsweise gut. Da gibt es so ein paar Spezifikationen, auf die wir da noch reingehen werden, die man halt eben braucht, wenn man im Winter zelten möchte, beziehungsweise die da sehr, sehr, sehr hilfreich sind. Ja, wer ganz hart ist, kann ja auch im Winter mit dem Tarp draußen pennen. Das geht auch. Nur, ja, ist es halt vielleicht nicht unbedingt die Jedermanns-Sache. So, nochmal etwas minimalistischer. Von der Grundfläche her nochmal so ein ganz kleines bisschen kleiner und wirklich ein Ein-Personen-Zelt. Und diese eine Person, nach dem, was ich mir habe sagen lassen, was ich recherchiert habe und was ich wahrscheinlich jetzt auch gleich selber erleben werde, also das ist ein Ersteindruck, ich baue das Ding zum ersten Mal auf, ich habe mich aber trotzdem sehr schlau darüber gemacht, ist, dass das vielleicht doch ein bisschen klein sein könnte für einen 1,90 Menschen. 1,89 offiziell. So, dann sollte ich vielleicht noch kurz erwähnen, wo habe ich das her? Naja, ich habe das Glück, der eine Mann auf dem Planeten zu sein, der sich Hilleberg-Zelte mal eben bei seiner Freundin ausleihen kann. Ätsch! Ätsch! Was können sich andere Männer bei ihrer Freundin ausleihen? Tampons zum Feuer machen. Das kann ich bei meiner auch. Aber ein Hilleberg-Zelt? Nein, das könnt ihr euch nicht bei eurer Freundin ausleihen. Das kann nur ich. Haha! Ja, und sie ist damit unter anderem den nördlichen Kungsläden vollständig abgelaufen, am Stück wohlgemerkt, die Frau ist plemplem, und hatte dabei halt eben dieses Zelt im Einsatz, und das ist ein Gebirgswanderwerk im Nordskandinavien, und das hier ist ein Drei-Jahres-Zeiten-Zelt, und das ist eigentlich grundsätzlich auch nicht vielleicht unbedingt konzipiert, um damit unglaublich lange Schlechtwetterperioden zu überstehen. So, sie hatte aber drei Wochen Dauerregen, mehr oder weniger, mit so ganz kleinen Päuschen mal zwischendurch, wo es mal kurz nicht geregnet hat. Ist auch mal hier und da auf eine Hütte ausgewichen, aber wirklich sehr, sehr, sehr viel Regen hat dieses Ding abbekommen. Also so wie ich es euch jetzt zeige, ist das keinesfalls Fabrik neu, sondern sehr wohl gebraucht, und hat noch diverse andere Touren gesehen, und schon sicherlich sehr viele Übernachtungen entsprechend durchgemacht. Ich müsste Sie jetzt fragen, wenn ich eine genaue Zahl haben wollte, um wie viele Übernachtungen genau es sich denn handelt. Ja, jedenfalls, das wurde etliche Kilometer auf dem Rücken durch die Landschaft getragen, und ist halt wirklich gebraucht. Man sieht es an der einen oder anderen Stelle so ein klein wenig, wenn man es jetzt mal kurz aufmacht. Es ist auch nicht 100.000% sauber, so wie sich das gehört. Jetzt muss ich das Ding nur noch irgendwo hinstellen, und hoffen, dass ich beim Aufbau nicht schon einen krassen Sonnenbrand bekomme. Und dann sehen wir mal weiter. Ach so, technische Daten zum Zelt als solches. Also packen wir, das habt ihr gesehen. Ich habe es nicht nachgemessen, es ist klein. Gewicht, so wie ich sie jetzt in Händen halte, wiegt das nicht mal ein Kilo. Wenn man dann noch Heringe, eine Reparaturhülse, ein bisschen sonstiges Reparaturmaterial, die Schnüre, die außen dran sind, also gut, die sind jetzt hier schon dabei, also die müsste man eigentlich auch noch abziehen, und den Sack hier als solchen dazurechnet, dann ist man bei so roundbauten Kilo, kommt drauf an, wie viele Heringe und wie viel Reparaturmaterial man mitschleppt, und so weiter und so fort. Wir gucken mal kurz ins Heringbeutelchen. Ich habe gelesen, man kann das Teil mit maximal acht Heringen aufbauen, und siehe da, acht Heringe hat sie dabei, meine gute Zeltverleiherin. Wenn ihr mich nicht alles täuscht. Ja, sind acht Stück. Die guten Standard-Hilleberg-Heringe wiegen gefühlt gar nichts. Alle zusammen sind es halt noch mal ein paar Gramm, die einem knapp unter einem Kilo zählt, dann halt über ein ganz kleines bisschen über ein Kilo, dann halt irgendwie bringen können. Ja, sie hat es tatsächlich geschafft, noch keinen kaputt zu machen. Einen von meinen Heringen hat sie mal ein bisschen verbrochen. Schauen wir mal, schauen wir mal. Nein, ich bin natürlich lieb. Ich bin natürlich lieb zu den Heringen, die hier da sind. Sonst kriege ich nie wieder tolle Ausrüstung ausgeliehen zum Vorzeigen im Video. Ja, ja. So, und damit mache ich mir mal einen Aufbau. Mal gucken, ob das klappt. Ist nicht so einfach. Die Wiese ist hoch. Ihr dürft mal da rüber gucken, spaßeshalber. Haben wir da hinten schon eine Fläche zusammengetrampelt und das hoffentlich einigermaßen funktioniert. Gucken wir mal. Ja, ich lege einfach mal los, spaßeshalber. Zeltbeutel habt ihr gesehen. Zeltbeutel legen wir da hin. Heringhäckle, Säckle stecke ich in die Tasche, weil da werde ich jetzt den einen oder anderen gleich brauchen. Machen wir gleich auf. Dann haben wir die griffbereit. So, und dann rolle ich mal das Zelt einfach aus. Wie gesagt, Blindaufbau. Ich hab's mir kurz erklären lassen, aber mehr weiß ich zu dem Ding nicht. Und ich hab mir ein paar Bilder angeschaut. Aha. Das dachte ich mir. Unten drin ist der Gestängebeutel. Ups, mit Gestänge. Das packen wir auch gleich aus. Gestänge. Ich persönlich bin gestänge-technisch etwas grob. Gerade Hildeberg empfiehlt, man möge so ein super tolles, aus super dünnem Aluminium, super hochwertig Ultra-Zeltgestänge. Doch bitte schonend behandeln. So. Ich persönlich gehe mit meinem Zeltgestänge immer so um, dass ich es auseinanderfallen lasse, hochhebe und warte, bis es sich von alleine zusammensteckt. Weil ich hab's meistens eilig, wenn ich mein Zelt aufbauen möchte und bin K.O. Was empfohlen wird von Hildeberg, was ich natürlich jetzt mache, weil es sich ja nicht meins hält, ist, dass man die Segmente händisch vorsichtig manuell zusammensteckt und drauf guckt und das Ganze konzentriert macht und halt eben nicht zusammenschnallen lässt, weil da Spannung auf dem Gummizug ist. So. Und damit kriegen wir dann eine ja, doch erstaunlich lange Stange zustande. Bin mal gespannt. Ups. Da hab ich noch ein Segment, noch nicht ganz. Äh, warum soll man das machen? Also erstens, damit da nichts ausbricht, natürlich, von diesem wirklich dünnen Material, insbesondere im Bereich, im Bereich der Hülse. Ist hier gerade das, das Gelbe, ne? Das ist wirklich sehr dünnwandig. Sehr, sehr, sehr dünnwandig hier im Bereich der Hülse, nur dass ihr das dann mal sehen könnt. Und dieses Teil hier, das ist natürlich schon etwas dicker. Kann man hier auch dann entsprechend sehen. Aber wenn man das halt immer zusammenrutschen lässt, wäre es schon möglich, dass hier mal was ausbricht. Oder, die sind nicht ganz zu, ne? Dass hier noch ein bisschen was aufsteht, dann baut man das so ein. Und an der Stelle ist natürlich Gestängebruch bei starkem Wind, ähm, ja, quasi schon prädestiniert. Wenn man jetzt auch noch mit der Stange noch irgendwie rumspielt und Leute piekt, die weit weg stehen und solche Sachen, was ich ja liebend gerne mit Zeltstangen mache, dann geht das relativ schnell, dass sich da irgendwo das Gestänge wieder ein bisschen auseinander bewegt. Und dann hat man den Salat und das kann dann schon mal sehr ärgerlich werden. Und deswegen soll man da lieber vorsichtig sein, auch wenn ich das persönlich bei meinem eigenen Zelt, oder bei meinen eigenen Zelten nie mache. So, das war jetzt der Hinweis zum Sonntag sozusagen. So, so viel weiß ich, dass das ähnlich wie mein Fjellräfen Abiskolai 2 dahingehend ähnlich aufgebaut wird, weil das ist eine Tunnelkonstruktion und da macht man immer erstmal eine Seite fest. Und ich weiß, dass sie unter anderem dadurch Gewicht gespart haben im Vergleich zum Acto, dass sie hier nur noch eine Stange eingebaut haben. Die sitzt mehr oder weniger fest drin. Ich weiß nicht, ob man sie rausnehmen kann. Gerüchten zufolge soll das gehen. Ja, geht. Geht. Man kann sie rausnehmen, wenn man das möchte. Hat meine Freundin nicht gemacht. Dann mache ich das jetzt auch nicht. Und die sorgt dafür, dass der Fußbereich beziehungsweise der Kopfbereich halt ein bisschen erhöht sind. Das ist beim Acto auch so. hat das Acto in jeder Ecke eine Stange und hier ist nur eine, also zwei, also insgesamt vier über das gesamte Zelt und die haben sie quasi zwei eingespart. Ein Punkt, wo zum Beispiel Gewicht gespart wurde. Das macht ganz schnell ordentlich was aus. Zwei solche Stängelchen weniger. Dann können wir das mal hier ein bisschen auseinanderbauen. Was ist das für eine Strippe? Wieso liegt da so eine Strippe oben drauf? Interessant. Ah, das ist die Bodenstrippe. Wieso ist jetzt die Bodenstrippe außenrum gewickelt? Das verstehe ich nun wirklich nicht. Aha. Ja, dann machen wir das so. Hat da jemand sein Zelt nicht richtig zusammengepackt? Es könnte sein, dass da jemand sein Zelt nicht richtig zusammen... Nein, ich bin natürlich total voll des Dankes, dass ich das hier machen darf und werde mich hüten, rumzumosern, dass jemand sein Zelt nicht richtig zusammengebaut hat. Die Seite an der Gestängekanal offen ist, ist üblicherweise die Seite an der Gestänge reinkommt. Ist aber interessant, farblich nicht markiert. Das finde ich relativ genial bei den Tierrefenzelten, dass die Stelle, wo das Gestänge rein soll, nochmal farblich markiert ist, damit man das auch ja nicht übersieht. So, üblicherweise zieht man das Zelt über die Stange und schiebt die Stange nicht mit Karacho in den Gestängekanal, weil dann könnte der Gestängekanal theoretisch durchstoßen werden. Das ist zwar unrealistisch, könnte aber passieren und insbesondere bei nicht dem eigenen Zelt sind wir da ganz vorsichtig. So, und wenn man das dann da drin hat, befindet sich hier so ein Bändelchen, wo man das dann noch anziehen kann, damit das auch dann schön den richtigen grunden Bogen macht, das gute Gestänge. So, ich hoffe, man sieht mich noch, ich gucke gleich wegen Kamera. So ein Video wäre natürlich praktisch, wenn man jetzt eine Kamerafrau hätte, aber sie ist ja nicht da, deswegen muss ich das ja ohne sie machen. Wäre natürlich generell praktisch, wenn sie da wäre. hat nur Vorurteile. Ja, aber der Gestängebogen, der steht so weit. Beziehungsweise der Gestängebogen steht natürlich nicht, er liegt, aber das Gestänge ist drin. So, jetzt müssen wir das Ganze noch ausspannen und dann ist es eigentlich fast fertig. So, wenn ich das richtig vermute, richtig interpretiere und nicht fallen lassen. Okay, steht jetzt so weit erst mal da, ist natürlich noch völlig ungespannt. Das ist jetzt nur mit vier Heringen. Man braucht halt mindestens sechs, um jetzt die beiden sich am Rand, beiden Enden befindenden den Strippen noch entsprechend abzuspannen, damit diese Stängelchen, die da drin sind, hier kann man sie sehen, das Rote, damit die dann halt eben noch aufgestellt werden und für die entsprechende Höhe im Fuß- und Kopfbereich sorgen. Einmal und das machen wir jetzt noch auf der anderen Seite. Das brauchst du da nicht anzugucken. Dann gibt es hier seitlich vom Gestängebogen jeweils noch eine Abspannmöglichkeit, die ich, ich denke mal, in 80% aller Nächte wahrscheinlich nutzen würde. Die ist beim Akto auch. Kommt einem bekannt vor, wenn man ein Akto lange Jahre verwendet hat. Ganz schnell und einfach abgespannt. Und auch hier ganz schnell und einfach abgespannt. Okay, wir machen mal einen Rundumgang. So, das hier ist also mein hingestümpert aufgebautes E-Nahnen. Man bemerke halt eben diese spitz zulaufende Konstruktion da vorne. Das spart natürlich ein bisschen Innenraum, der nicht zwingend notwendig ist. Das spart nicht Liegefläche, das spart mehr wirklich nur Innenraum, also Gesamtvolumen vom Zelt, reduziert damit etwas die Windangriffsfläche. Schon eine gute Idee irgendwie. Also man kann schon verstehen, warum sie das gemacht haben und man braucht nur eine Stange statt eben entsprechend zwei. Und das ist trotzdem eine sehr stabile Angelegenheit. Das da unten, hier ist komplett durchlässiges Material. Entschuldigung, die kann man ein bisschen anders halten. Ich kann da wirklich also super durchgucken. da wird der Wind durchweifen wie gar nichts. Das ist jetzt einfach nur als kleiner, ja ich weiß nicht, Sichtschutz. Einfach damit Material da ist, damit die Grundspannung aufrechterhalten bleibt. Aber vor irgendwas schützen tut das nicht. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt verschließen kann, dieses Ding. Das ist einer der beiden Hauptbelüftungsöffnungen, damit der Wind da gut durchzieht. Ah, sinnvollerweise stellt man ein E-Nahnen also so in Windrichtung. So in diese, also es ist egal, welche Seite gegen den Wind zeigt, ob das jetzt die ist oder die, das ist wurscht. Aber man sollte es auf jeden Fall längs zum Wind stellen, damit der Wind da unten reinziehen kann, durch das Zelt und auf der anderen Seite wieder raus. Dann hat man auch eine gute Belüftung und dann gibt es auch nicht ganz so viel Kondenswasser. Ja, hier haben wir schon gesagt, zum Abspannen noch einmal das Gestänge schön stabilisieren. Normalerweise würde der Rand bis mehr oder weniger auf dem Boden reichen. Das E-Nahnen hat ein noch nicht weiter oben reichendes Außenzelt. Das ist ja bei Drei-Jahreszeiten-Zelten durchaus mal so üblich, dass die Außenhülle ein bisschen weiter oberhalb vom Boden aufhört, um nochmal zusätzliche Belüftung zuzulassen, damit also quasi der Wind einem direkt unten ins Zelt reinwehen kann und dann noch bessere Belüftungseigenschaften dann eben entsprechend herrschen, ist hier nicht der Fall. Von daher ist es halt schon noch ein durchaus, für die nicht ganz mehr so ganz so warmen Drei-Jahreszeiten-Bereiche auch noch ganz gut geeignet. Also es sollte im Zelt schon ein wenig wärmer sein als außen, wenn auch nicht so wärmend wie in einem richtigen Drei-Jahreszeiten-Zelt. Ja, und hier wirft es natürlich ein paar Falten. Hier liegt es natürlich zum Teil auch am Acker und den vielen Pflanzen, die wir hier haben, dass ich das nicht richtig auf den Boden bekomme. Deswegen ist ein richtig gutes Abspannen hier jetzt gerade schwierig, aber vielleicht sollte man da einfach nochmal ein bisschen nachspannen. Dann wird das auch nochmal ein klein wenig besser. aber das ist eigentlich im Grunde schlecht aufgebaut, wenn man so viele Falten da hat. Auf der Seite nicht ganz so schlimm, aber auch hier liegt es halt wieder am Gras, dass das nicht ganz runter geht und dann schmeißt es halt automatisch Falten. Ja, Lüftungskonzept auf der anderen Seite genau das gleiche wie auf der Vorderseite. Und jetzt suchen wir mal den Reißverschluss. Wir haben ihn gefunden. Hier befindet er sich. Oh, sehr schön, sehr schön gemacht finde ich diese Abdeckleiste. Das ist hervorragend. Das ist ja wirklich super. Und dann mal gucken. Hier unten kann man, glaube ich, den Reißverschluss auch festmachen, damit er sich nicht aus Versehen irgendwie löst. Je nach Situation ist das auch mal ganz nützlich. Machen wir mal auf. Reißverschluss hier leichtgängig. War auch nicht anders zu erwarten. Das ist trotzdem ein vergleichsweise filigraner, einfacher Reißverschluss. Das soll ja ein leichtes Zelt sein. Und es befindet sich dann da am Außenzelt noch so ein Noppel, wo man das aufgerollte Zelt, also die Tür sozusagen, einhängen kann, damit das dann offen bleibt. Das ist ja auch bei so ziemlich jedem Zelt so. Wäre seltsam, wenn das dann innern irgendwie anders wäre. Ja, ja, bewährtes System. Hillebergzelte sind halt Hillebergzelte. Das ist alles sehr bewährtes System. So, und jetzt kommen wir zu einer Besonderheit, die dieses Zelt eben als Drei-Jahreszeiten-Zelt kennzeichnet. Und zwar, äh, nicht mal die Kamera kann man hier vernünftig hinstellen auf dem Boden. Äh, äh. Und zwar ist das hier nur Mesh-Gewebe. Also nur Mückennetz. Man kann da nicht noch irgendein anderes Material davor spannen. Äh, das Mückennetz ist nicht abdeckbar. Das ist nochmal, um Gewicht zu sparen, nochmal, um die Belüftung zu erhöhen, die, äh, Wasserdampfdurchlässigkeit nochmal ein wenig zu steigern, damit das da halt eben schön luftig entsprechend drin bleibt. Ja, und man hat halt, äh, aber auch weniger Isolierung. Und je mehr da natürlich überall die Luft durchgeht, desto mehr kann da auch der Wind ins Zelt reinpfeifen. Schön finde ich, dass die Tür mehr oder weniger komplett aufgeht. Das kann man dann gerade nach da hinten schmeißen, theoretisch. Ja, und dann hat man dann den Innenraum. Aha, ja, sehr interessant. Ich gehe mal rein und hole euch dann nachher nach. Klub. Schön die Schuhe ausziehen. Wenn man fremder Leute Haus betritt. Jaha. Ja, dann hallo und herzlich willkommen im Enan. Äh, ich hocke jetzt einfach mal so, gschwarzes Pahl war gerade auf dem Boden, hockend im Innenzelt. Äh, Sitzhöhe ist doch höher als erwartet. Hatte ich mir schlimmer vorgestellt. Man kann hier also auch mal ein bisschen hocken. Das geht, sogar mit Hut. Äh, ganz aufrecht geht nicht. Also super aufrecht stehend wäre schwierig, äh, sitzend wäre schwierig. Nein, das geht nicht. Also den Rücken durchstrecken kann ich halt nicht. Aber mal so eben ein bisschen in der Hocke rumhocken, zwecks jetzt ein bisschen hantieren und sortieren und so weiter und so fort. Das geht. Wenn man das Innenzelt aushängt, was man kann, das hat hier überall so kleine Nupselis, mit denen es am Außenzelt festgemacht ist. Wenn man die außen raus macht, dann kann man das Innenzelt separat quasi entnehmen. Man kann es auch separat transportieren. Man kann das Außenzelt ohne Innenzelt aufbauen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Was nicht so einfach geht, ist das Innenzelt ohne das Außenzelt aufzubauen. Gibt auch wenige Situationen, in denen ich das für sinnvoll halte. Da gibt es ein zusätzliches Bauteil, was man da noch bräuchte, damit man das dann eben entsprechend machen kann. Habe ich nicht, hat meine Freundin auch nicht und wir sind uns ziemlich einig, dass wir das nicht unbedingt brauchen, denke ich. So, ansonsten habe ich jetzt hier zwei, drei Grassamen leider mit reingebracht. Damit musst du dann leider leben. Ich mache es wieder gut, versprochen. Und wenn man hier jetzt zumachen würde, würde man sehen, Sichtschutz bietet das halt nicht viel. Es ist ja nur Mückennetz. Aber es sorgt halt schon dafür, dass hier kein Müll oder ähnliches reinkommt. Absis ist groß genug für einen, dem Vorhaben, dem dieses Zelt angemessen ist, angemessen im Rucksack. Also man bekommt hier sicher noch seine Schuhe reingestellt, problemlos. Und dann kann man hier halt sich eben noch wirklich mehr oder weniger direkt vor die Tür und mehr oder weniger direkt in den Ausgang seinen Rucksack hinlegen. Aber es ist schon genügend Platz vorhanden, dass das gehen würde. Ich denke also doch, dass das schon ein vollwertiges, definitiv ist das ein vollwertiges Zelt. Das ist ein absolut vollwertiges Zelt. Das steht völlig außer Frage. Es ist halt ein kleines, super leichtes, vollwertiges Zelt. Für die Leute, die halt eben wissen, wie viel Komfort sie haben wollen und was sie dafür noch tragen möchten. Ich schleppe ja nochmal auch alleine ein Zwei-Personen-Zelt mit zweieinhalb Kilo durch die Gegend, weil ich einfach diesen Palast abends dann gerne habe beziehungsweise brauche und in letzter Zeit ist es sowieso dann auch wirklich ein Zwei-Personen-Zelt, das auch als Zwei-Personen-Zelt genutzt wird. Von daher war das die richtige Anschaffung. Aber wenn man wirklich weiß, man ist nur alleine unterwegs, dann ist so ein Zelt selbstverständlich schon dann irgendwie eine recht sinnvolle Anschaffung. So, wir gucken uns noch den Innenraum an. Dafür lege ich mich mal hin und nehme die Kamera dann einfach mal in die Pfote. Ja, ich habe das hier auch so auf so einen kleinen Hügel aufgebaut. Also es ist ziemlich ungünstig, der Platz, wo ich das jetzt hingestellt habe. Es geht aber halt nur ums Zeigen. Man sieht unter dem Gras ja nicht, wie der Boden beschaffen ist. Scheißbedingungen zum Zeltaufbau, aber ich habe gar keine anderen. Da hinten Fuß. Also, man muss die so dreieckig formen, damit sie da gut reinpassen. Nee, Quatsch. Also ich habe nach hinten schon noch ein bisschen Platz. Jetzt sitzen meine Füße tatsächlich mehr oder weniger im Innenzelt an. Da stößt aber noch lange nicht, gerade weil da hinten die Lüftung ist, stößt das noch lange nicht ans Außenzelt. Also selbst wenn man hier ein bisschen drücken würde, würde da überhaupt nichts passieren. So in dieser Position könnte ich jetzt prima schlafen. So, und kopftechnisch. Seht ihr, ich habe mit Hut noch reichlich Platz zum Kopf bewegen. Also so rein zum Liegen. Auch für mich mit meinen 1,89 Meter wäre dieses Zelt schon groß genug. Wenn man dann da viele, viele Wochen unterwegs ist, könnte man vielleicht mal feststellen, ein Ticken größer wäre vielleicht ganz hilfreich. Aber im Grunde doch. Also im Grunde definitiv. Es gibt hier noch, auch noch mal schön zu sehen, eine kleine Netztasche. Zwei, um genau zu sein, wo man noch ein bisschen Kleinkam unterbringen kann. So ein Inzelt sortieren. Da oben gibt es noch Möglichkeiten, sich Sachen an die Decke zu hängen. Zum Beispiel eine Lampe, Socken, auch ein Klassiker. Und ja, und hier neben mir eben in dem Bereich, da ist noch Platz. Hier könnte man also noch zusätzliche Ausrüstung verstauen oder eine wirklich sehr, sehr schmale Freundin und die habe ich jetzt wiederum nicht. Könnte man da möglicherweise auch noch deponieren. Aber das ist wirklich definitiv ein Ein-Personen-Zelt. So mal eben drin liegen zum Kuscheln. Ich lege jetzt am äußersten Rand außen gesehen und sich dann jetzt hier noch eine zweite Person hindenken. Je nachdem, wie die gebaut ist, das möge vielleicht noch funktionieren, wenn man seinen Kopf auf Schulter legt und sonst wie. Also denkt euch da bitte irgendwelche sehr liebhaben Szenarien aus. Aber ich möchte betonen, das ist wirklich ein Ein-Personen-Zelt. Aber wirklich geräumiger, als ich dachte. Ich hätte es mir jetzt kleiner vorgestellt, weil es dann auf dem Papier dann doch nochmal ein bisschen kleiner ist als mein Akto. Gefühlt, vom Innenraumgefühl her, merke ich aber keinen großen Unterschied zu meinem Akto. Nochmal, warum ist das ein Drei-Jahres-Zeiten-Zelt? Man bekommt hier diese Lüfter zum Beispiel nicht zu. Wenn man jetzt das Zelt im Schnee aufbaut, dann weicht einem der Schnee A den Lüfter ein, B gefriert der möglicherweise und C kommt da einfach der Schnee irgendwie durch. Man muss immer davon ausrechnen, dass das, davon ausgehen, dass bei einer Schneeübernachtung eventuell noch ein bisschen Schnee um das Zelt angeweht wird und da wäre das dann scheiße, wenn einem der Lüfter zuweht, weil dann hat man überhaupt keine Belüftung mehr. In dem Zelt war der zusätzliche Lüfter im Dach, wo es zum Beispiel beim Akto einen gibt, der bringt zwar nicht viel, aber es gibt ihn, der fehlt hier halt einfach, weil man gesagt hat, wir sparen Gewicht, auf Teufel komm raus. Und das gleiche Phänomen, der geht wirklich nicht zu. Man kann da wunderbar sehen, wie man da durchgucken kann, wie offen dieses Material eigentlich ist. Und das nächste ist halt eben auch diese Mesh-Tür, die man halt auch dann nicht schneedicht verschließen kann. Das heißt, durch diese Mesh-Tür kann einem Schnee und vor allen Dingen Kälte wunderbar ins Innenzelt gelangen. Das sind einfach so Sachen, die man im Winter echt nicht braucht und so wirklich nicht haben möchte. Ja, und da die Belüftung halt eben darauf basiert, dass einem der komplette Wind durchs ganze Zelt ziehen muss, damit man wirklich wenig Kondenswasser bekommt, ist das Zelt halt auch wirklich nicht für, ich hoff mich so hin, dann sieht man mich besser, für kalte Lebensräume konzipiert. Also soll heißen, das ist schon was, das will man vielleicht nicht unbedingt allzu oft bei Temperaturen signifikant im Bereich des Gefrierpunktes oder gar darunter, selbst wenn kein Schnee liegt, das wäre ja auch möglich. Da will man vielleicht dann nicht allzu oft drin übernachten. Natürlich geht das, selbstverständlich. Ja, überhaupt keine Frage. Klar, gehen tut das. Dafür ist das Zelt aber nicht gebaut. Dafür gibt es dann tatsächlich das Acto, weil da geht das erheblich besser. Da kann man diese Lüftung, die das Acto ja ganz ähnlich hat, kann man dann eben nicht auch verschließen. Und dann ist das ganze komplette Gebilde dann natürlich auch entsprechend schneedicht. Und man hat noch zusätzlich den einen Lüfter im Dach, dass man wenigstens noch ein bisschen Gas austauscht, eben entsprechend mit der Umgebung betreiben kann. und diese Tür hier, die hat nur ein Teil-Mückennetz und das, was da ist, lässt sich auch nochmal zusätzlich verschließen. Dann weht es auch nicht so sehr ins Innenzelt. Je nachdem, wo man unterwegs ist und wie sehr der Wind daran schuld ist, dass es kalt ist, ist ein mehr oder weniger verschließbares Innenzelt, ein richtig schön dichtes Innenzelt aus von einem wintertauglichen Zelt oder einem zumindest halbwegs wintertauglichen Zelt, ein Faktor, der es wirklich 5, 6, 7 Grad wärmer machen kann als draußen. Insbesondere, wenn es sich dann um ein Zelt handelt, wo man nicht alleine drin pennt, dann wird es wirklich rogi-zuki, super schön kuschelig, wenn dann alle beide im Zelt sind und man braucht dann auch so deutlich weniger Klamotten, als man es zum Beispiel bei den gleichen Außentemperaturen draußen brauchen würde. Das ist halt schon nochmal so ein gewisser Treibhauseffekt, der in so einem Zelt auch herrscht. Deswegen wird es hier jetzt auch super warm drin, einfach weil die Sonne scheint. Aber das ist halt nochmal ein krasserer Effekt, wenn man ein geschlossenes Innenzelt in einem Zelt hat, das auf Warmsein ausgelegt ist. Das ist kein Kritikpunkt an diesem Ding. Wir müssen nochmal im Hinterkopf behalten, das wiegt ungefähr ein Kilo. Das ist scheiße leicht, also wirklich scheiße leicht für ein vollwertiges, absolut vollwertiges Zelt. Spezifikationen von Material und noch so ein paar technische Daten und ein paar Dinge zum Hilleberg generell erzähle ich jetzt gleich noch. Jetzt gucke ich mal, dass ich hier wieder rauskomme, bevor ich anfange zu saunieren und mir einen Aufguss mache und dann kriege ich nämlich Ärger, wenn ich hier drin einen Aufguss zu machen anfange. Also besser raus. Vielen Dank.